Let's go! Zooming, Direction und Subjektinspektion, okay, das kann ich alles, okay, verstehe. Ah, Angelizing, hi, Epic, machen wir alles hier auf Epic, Junge, Epic! V-Sync machen wir auf jeden Fall an. Let's go! Ja, dann sieht man gar nicht. Wie kann ich da jetzt irgendwas... achso. Ich sehe ihn noch. So sehe ich ihn nicht mehr. Seht ihr ihn so? Also den Kreis hier. Seht ihr den hier? Den Kreis? Wir gehen zurück. Ah ja, so ist das Spiel. Oder soll ich es auf 40 lassen? Ah, okay, ihr könnt ihn sehen, okay. Schemenhaft oder nicht so schemenhaft? Eher so, oder? Also so kann ich ihn fast gar nicht mehr sehen. Nö. Okay. Warning. 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 Ich muss mal meine Luftkühlung hier... Die, 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 die. Okay. Alles in Ordnung. Die, 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 die. Warum bin ich der Einzige? Ah, bin ich gar nicht. Hier sind noch mehr. Warum bin ich aufgetaut? Der hier ist leer. Was ist hier los? Wieso? Okay, ich aktiviere mal. Warning. Kann ich hier irgendwas anklicken? Ah, ich kann... Passwort. Keine Ahnung. War ja klar. Ich weiß das Passwort nicht. Okay. Das Passwort suchen. Was sind das hier? Ah, okay. Das ist eine... Raumstation, oder was? Was ist das? Kamera. Warte mal. Ich spiele Reflex-Kamera. Okay. Kann ich damit... Kann ich die nicht mitnehmen? Warum hängt die denn hier? Hä, warum komme ich da nicht vorbei? Willst du mich eigentlich verarschen? Wow. Sie hat ein Foto von mir gemacht. Okay. Das sind alles Anzüge hier. Okay. Oh, cool. Machen wir erst mal Sport. Kann man so irgendwas antreten? Ne. Eine Runde Beert spielen. Schöne Station. Bisschen Training. Haben wir hier. Computer. Das hier ist wohl... Pflanzen. Da gibt's Pflanzen. Ratte. Werden irgendwelche Versuche gemacht an der Ratte? Okay. Schmetterlinge. Okay. Das ist Labor. Wo finde ich denn das Passwort? Okay. Und Tür auf. Ah, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Okay. Verstehe. Alles klar. Hey, Moment mal. War die vorher auch schon da? Die haben ja alle Nummern. 00568 7345 00568 7345 Hä? Ist das vielleicht das Passwort? Wie war es nochmal? 008 7653 Ach, leck mich im Arsch. Geht das überhaupt? Ja, Zahlen gehen. Hirn wie ein Sieb. Echt. 00568 73 Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Aber ich glaube, das geht nicht. 005 Echt? 005 005 005 68 7 3 4 5 Nein. Kann ich eigentlich... Nein. Ich brauche ein Passwort. Wo kriege ich das her? Naja, egal. Da draußen ist noch immer Zappel der Uster. Vielleicht muss ich nochmal rumlaufen und gucken. Ich bin hier... Oh, hi Leute. Warum guckt er mich so an? Warum verfolgt er mich überhaupt auch noch? Okay. Äh, warum komme ich da nicht weiter? Ah! Weil da einer im Weg liegt. Möchtest du aufheben? Fuck! Fuck! What the fuck? Zur Hölle? Ja, genau. Kriech da rein, wo das Monster war. So viel Sinn immer. Echt. Kein normaler Mensch würde da reinkriechen. Wenn da gerade ein Monster rausgekommen ist. Was ist denn das hier für ein Geheimraum? Hä? Mono? Je. Go back. Kann ich... Kann ich... Kann ich hier... Go back. Muss ich jetzt diese Fotos suchen, oder was? Auf dieser Station ist irgendetwas faul. War ja klar, dass der jetzt nicht mehr da ist. Und ihr guckt mich noch einmal an, ihr Spackos. Okay. Also schon gruselig auf so einer Station alleine. Da kommt man sich schon vor wie bei Aliens. Ratte wieder. Hey, warte mal. Wer hat den Stuhl umgeworfen? War der schon umgeworfen vorher? Hallo? Hallo? Okay. Hey, Moment mal. Hä? Hä? Wo ist der Anfang? Wo ist der... Take ein Foto? Hä? Achso, ich muss jetzt... Ah, da war so ein Mond drauf, ne? Ich muss jetzt die Sachen finden, fotografieren. Damit ich dann alle Bilder hab. Help steht da. Danke, shit. Hier ist Essen. Oben ist auch... Loch. Kommt gleich so ein Alien durch die Decke. So ein Xenomorph. Spuck dich an mit Säure tot. Alter. Hey, Moment mal. Wieso wiederholt sich das wieder? War die Tür hier schon die ganze Zeit? Ist das eine Tür? Das ist keine Tür, oder? Was ist denn jetzt im Haus? Warte, warte mal. Was ist, wenn ich wieder zurückgehe? Lass mich wieder raus. Hä? Was ist hier los, Alter? Hier stimmt irgendwas nicht. Muss ich das Ding jetzt nochmal fotografieren, oder was? Hey, warte mal. Ich muss wohl irgendwas noch fotografieren. Irgendwo muss noch was sein. Muss noch diesen... ...Leuchtstäben Ausschau halten. Die sind immer ein Hinweis, glaube ich. Oder? Die Dose. 66 Grad. Also, das war auch ganz schön warm. Also, wahrscheinlich fahren halt. Das ist eigentlich das Poster. Das Poster mit dem Foto. Und Scan. Ja, hab ich doch jetzt. Jetzt hab ich doch verkack eiern. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich werd noch irre. Lasst mich hier raus. Immer wieder die gleichen... Was? Doch nicht. Okay, ich bin draußen. Endlich wieder am Anfang. 18 Grad. Oh, ist das kalt hier drin. Hä, warum ist der zu? Äh, bin ich das vielleicht? Vielleicht bin ich gestorben und spuk hier jetzt rum. Meine eigene Leiche jetzt gerade entdeckt. Hä, wo kommt denn jetzt diese riesige Tür her? War die schon immer da? Nein, oder? Was könnte... Ah, ich habe zwei... Ah, das gibt nachher das Passwort. Ich verstehe. Die zwei... Ah, okay. Wo sieht's da drauf? Oh. So. Alles gut. Alles gut. Hallo, Freunde. Wollt ihr mich nicht wieder angucken? Ne? Jetzt kann ich hier rein, ne? So. Ah, interagieren. Die Frage... Aber welcher Buchstabe ist das jetzt? Das ist auf jeden Fall das hier. Okay. 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 Ach, schau an, wo ich wieder bin. Möchte ich das nochmal fotografieren? Ich muss immer drauf achten, ob sich hier irgendwas verändert hat. Blutiger Handschuhe. Aha, take a photo. Okay, da hat sich nur jemand geschnitten wahrscheinlich, als er hier so ein bisschen die Pflanzen beschnitten hat. Ganz sicher. Nichts zu heißen. Locker, locker. Hier ist nichts los, Mann. Nix ist los. Was? Irgendwas kriecht hinter diesen Bänden rum. Nichts wie raus. Jetzt ist das offen. Das ist zerbrochen sogar. So geil, Alter. So dunkel. Jetzt sind da zwei, jetzt wieder... Nicht? Okay, doch nicht. Was ist denn das wieder hier? Tschüss. Ich bin erstmal weg. Was war's für ein Lulatsch, Alter? Okay. Gar kein Sinn, Alter. Egal. Egal. Komm weg. Ich muss noch herausfinden. Zwei Bilder fehlen mir noch. Was ist denn das für ein Viech, bitte? Wie er da rumsteht. Ich glaube, ich hau ab. Tschüss. Lass mich raus. Ich muss zurück. Alter. Kann ich hier irgendwas an den Anzügen machen? Ich versteck mich. So, rein. Ey, was hast denn du da für einen Saustall angerichtet? Du langer Lulatsch, Mann. Ich versteck mich. Bin ich tot? Nö, tot bin ich nicht. Alter, was war... Was war ein Durcheinander? Was ging bei dem ab, Alter? Hat einfach alles kaputt gemacht. So ein elendiger Sack. Ist ja richtig gewütet. Ist ja richtig gewütet. Die Ratte hat er geköpft, Alter. Was ist denn los mit ihm? Alter. Das klingt ein bisschen crazy hier alles. Ich muss noch das nächste Foto suchen, aber wo? Ich höre ihn wieder. Ich habe das Foto nicht gefunden. Vielleicht muss ich auch hier noch nicht das Foto suchen. Ah, da ist es. Ah, da ist es. Okay. Wir haben das nächste Foto. Ach cool. Das lässt mich immer wieder in den Raum, wenn ich es nicht gefunden habe. Okay. Jetzt komme ich immer wieder in den Raum, bis ich zur Tür komme. Hallo. Jetzt ist gut. Wo kommt bitte die Tür? Hallo? Ich will hier raus. Ach, da ist sie. Okay. Okay. Noch zwei Fotos. Okay. Steht der jetzt wieder da? Nee. Oder nicht. Okay. Nee, ein Foto fehlt mir noch. Nice. Ich habe keine Ahnung. Hä? Das macht gar keinen Sinn alles so. Auch von der Konstellation her macht das überhaupt keinen Sinn. Aber das hier muss dahin, oder was? Ja. Und das? Dann muss das hier dahin. Dann muss das dahin. Und das letzte muss dahin. Okay. Also. Go back. Boah, ich denke mal, da steht jemand. Aber es ist nur dieser dumme, blöde Anzug. Ah, jetzt ist wieder alles schön aufgeräumt. Der Kollege hat hier wieder alles schön aufgeräumt. Pflanzen sind wieder alle an ihrem Ort. Okay. Die Ratte lebt wieder. Was zur Hölle ist das denn? Ein Auge? Okay. Okay, das letzte Vorgehen. Das war's. Ich habe alle. Okay. Okay. Nichts wie raus hier. Sind alle zu wieder. Das ist offen. Irgendwoher kommt Musik. Was zur Hölle ist das denn? Ist das ein Licht? Oder ist das von draußen? Nö. Das wirkt ja seltsam. Was denn trifft Blut? Was kommt hier raus? Ah, okay. Okay. Ah. Guck an. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Was ist das hier? Das hier ist halb. Was ist das hier hin? Und das da hin? Oder wie? Weiß auch nicht, ob ich da richtig bin. Also, jetzt gucken wir mal. Tag. Tag. Es gibt keinen Vollmond. Also, es ist falsch. Dann muss das hier hin. Ist das voller Mond? Das kann man nicht bewegen. Ah, Mann! Oh, das wird schwer jetzt. Das wird richtig schwer. Ja. Ja. Okay. Das ist hier. Und dann kommt das. Das hier ist. Und dann das hier kommt. Ist das hier hin. Aber dann stimmt das hier wieder nicht, oder? Alter. Ist ja ein Mondzyklus. Jetzt müssen wir erst mal gucken, welche Buchstaben was ist. Äh, ich brauche mal was zu schreiben. So. So. Der Kreis und der Kleine ist ein... Ein A. Okay. Ja, aber Moment. Ja doch. Der hier ist ein R. Der zweite ist ein R. Der hier ist ein I. Der hier ist ein I. Aber der hier ist auch ein I. Warte mal, kann ich das drehen? Verdammt. Alles falsch gewesen. Nochmal von vorne. Also gut. Wenn das ein I ist. Das hier ist ein I. Warte mal. Hä? Halt. Ich hatte es. Was? Das kann doch nicht stimmen, oder? Das ist doch kein Wort. Aus dem muss ich jetzt ein Wort bilden. Aber was? Was? Das hört sich an, als würde sein Fischer seine Brille einschalten. Echt? Habe ich gar nicht gehört. Hast du... Biuu gemacht. Was sagst du? Furtile. Ich weiß gar nicht. Heißt... Ist das ein... Ist das ein Wort? Fuuuuh. Oh ja, okay. Das war's. Was? Zwecklos. Ah, okay. Ah, okay. Ja, natürlich. Ja, es ist alles zwecklos. Ja. Also, das ist jetzt das Passwort, oder? Ähm, ich mach mal ein Foto von der Scheibe, weil es kann auch sein, dass ich die Scheibe brauch. Äh. Na, dass ich es nicht so spiegeln würde. Ich glaube, ich brauch nämlich die Scheibe gleich. Oder ich muss das... Oh Gott, brennt jetzt alles. Oh, shit. Ja. Okay. War das er selber? War das vielleicht er selber? Ach, du Kacke, Alter. Hier brennt einfach alles. Was zur Hölle? Oh Gott, der ist einfach aufgespießt. Oh Gott, oh Gott. Der ist einfach aufgespießt, Alter. Ist auch ein Toter. Alter. Er hat den Bleistift in den Gesicht. Deswegen auch das Auge. Ich verstehe. Ich verstehe langsam. Er hat alle umgebracht, glaube ich. Ich weiß nicht, dass ich sterben kann, oder? Ich weiß nicht, dass ich sterben kann, oder? Please proceed to the nearest Exit Terminal. Was? Echt jetzt? Wieder von Anfang? Dein Ernst? Aber jetzt weiß ich das Passwort. Jetzt weiß ich das Passwort. Das Passwort... Ich weiß nicht. Ich probiere es mal, ob es zwecklos ist. Aber ich glaube nicht. Aber könnte ja sein. Was war es? Fuuuuh... Tschööö... Das war tatsächlich das Passwort. Frei. Vorbei. Das war's. Kranker Shit. War ein cooles Game. Aber... Ja. Also bei so Games kannst du keine Geschichte erwarten. Das ist halt echt so, ne? Aber irgendwie schon stylisch. So auf dieser Raumbasis immer wieder wiederholt sich's. Obwohl man die ganze Zeit im Kreis läuft. Diese Raumbasis die ganze Zeit im Kreis war. Das kann man natürlich interpretieren, dass man alle umgebracht hat. Und als ewiger Geist immer in dieser Station rumgeistert. Gut möglich.